Hi und schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Gianna Giannini und ja, es ist eine Weile her. Seit dem letzten Video, aber ich melde mich zurück aus meiner Babypause und jetzt haben wir langsam ein bisschen mehr Routine, jetzt sechs Monaten, fast sieben Monaten. Und ich hab abends jetzt auch wieder ein bisschen mehr Elan und Kraft und Nerven wieder Videos zu machen. Aktuell befinde ich mich in Florida in den USA. Ich weiß nicht, ob du meinen Blog oder Vlog oder was auch immer verfolgst, aber falls nicht, denn der Link ist da unten in dieser Infobox, falls dich es interessiert. Wenn nicht, also ich bin aktuell in Florida, hier werde ich auch wohl noch eine Weile bleiben. Deswegen auch, ja, ich weiß, in Deutschland ist das Wetter aktuell. Der April macht, was er will. Hier ist es sehr warm. Heute waren es fast 30 Grad oder sogar über 30 Grad. Deswegen, ich bin ein bisschen, ja, war im Park spazieren und sehr luftig angezogen. Und ja, doch, war schon ein bisschen von der Hitze zerstört. Deswegen kann es sein, dass jetzt in den nächsten Wochen einfach auch Videos kommen, in denen ich vielleicht auch einfach nicht mehr, ja, so viel Wert auf ein gutes Make-up lege. Einfach, weil es unheimlich warm und feucht warm ist. Und dann macht eigentlich einfach ein Make-up keinen Sinn. Und ja, das nur so am Rand. Ich will auch eigentlich nicht weit ausschweifen. Das Einzige, was ich total gerne sehen möchte, ist, wie du siehst, ich habe einen kleinen Raum. Es ist ein Kleiderschrank. Im Moment haben wir als Familie hier temporär ein Zuhause gefunden und dieses Zuhause beinhaltet diesen leeren Kleiderschrank. Und ich weiß nicht, ob du es hörst, aber richtig. Nichts ist zu hören. Es ist kein Nachbar zu hören. Es ist ein ganz toller Teppich. Und hier ist der kleine Schrank liegt in der Mitte des Hauses. Es ist so schön ruhig. Ich habe mir immer einen Raum gewünscht, in dem ich so toll aufnehmen kann, ohne diese ganzen Zwischengeräusche. Ich meine, klar, hört man mal ein Auto, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Und ich bin so glücklich, dass ich hoffentlich bis November hier bleiben kann und kräftig für dich in meinem Kleiderschrank oder aus meinem Kleiderschrank Videos produzieren kann. Ich werde sehen, wie warm es hier drin wird, aber ich glaube, der Kleiderschrank ist auch an die Klimaanlage angeschlossen, also sollte auch das Drehen an heißen Tagen kein Problem sein. Und ja, das Glück wollte ich einfach mit dir teilen und ich bin so, 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 so glücklich. Ich kann auch mein Mikrofon und alle Sachen, die ich zum Filmen brauche, hier einfach stehen lassen und muss nicht wie früher immer alles wieder abbauen, aufbauen, abbauen. Und das erleichtert die ganze Sache enorm. Für den Hintergrund muss ich mal gucken, ob ich vielleicht meine kleine Lichterkette bekomme oder irgendwas hängen kann, was den Hintergrund vielleicht ein bisschen verschönert. Aber ich denke, denke, da wird mir bestimmt etwas einfallen. Ich wollte jetzt einfach vorerst nur so schnell wie möglich ein Video machen, weil ich so, 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 so vermisst habe. Und ich hoffe, dass auch du mich ein bisschen vermisst hast und dich jetzt freust, dass jetzt neue Videos kommen. Das nächste Video, was jetzt die Tage kommt, ist noch ein altes Video und das habe ich gedreht. noch in Deutschland und hatte aber nie die Gelegenheit, es zu bearbeiten und hochzuladen. Aber ich hoffe, Entschuldigung, ich hoffe du kannst dich darüber trotzdem freuen. Es wird jetzt auch abwechselnd immer deutsche und englische Videos geben. Ja, irgendwie weiß ich nicht, dadurch, dass ich jetzt hier in den USA bin und sehr viel Englisch spreche den ganzen Tag, denke ich, fühle ich mich jetzt auch doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen wohler damit, mein Englisch auch zu benutzen. Ich meine, hier habe ich einfach auch keine andere Wahl. Deswegen, ich versuche die Videos immer in beiden Sprachen zu machen, aber wahrscheinlich eher abwechselnd mal so, mal so. Ich habe ein Hypnose-Video geplant, was dann mal wahrscheinlich dann jetzt als übernächsten kommt. Und das war das erste Video, was ich jetzt hier drehen will, das Hypnose-Video. Und danach wird ein, denke ich, ein englisches Video kommen. An welches ich, ja. So, ein, auf was ich mich schon ewig gefreut habe wiederzumachen, ein Brushing-Video. Das sind so die nächsten Videos, die ich jetzt aufnehmen will. Und ja, schreib mir in die Kommentare, was du gerne sehen möchtest, hier auf meinem Kanal. Und erzähl mir gerne, wie es dir ergangen ist. Und ja, dann sehen wir uns jetzt hoffentlich bald öfter wieder. Bis dahin, fühle ich den Rögel. Ah, gut. Und das,回 Schrauben, Untertitelung des ZDF, 2020